ja hallo und herzlich willkommen zu einem neuen video viele beklagen sich über einen zu leisen ton bei den galaxy buds von samsung die erst vor kurzem erschienen sind und ich möchte euch heute zeigen wie ihr dieses problem löst und wie ihr eure kopfhörer lauter bekommt dazu geht ihr in eure bluetooth einstellungen geht auf erweitert und schaltet die medien lautstärke synchronisation aus diesen regler hier nun geht ihr zurück in die wearable app drückt auf touchpad und stellt hier auf leiser lauter nimmt nun euren rechten kopfhörer und drückt auf dem touchpad ein paar mal drauf bis ihr eure gewünschte lautstärke erreicht habt und zusätzlich könnt ihr jetzt noch von eurem handy die lautstärke lauter machen und könnt dann ganz gewohnt wieder zum sprachbefehl oder zu schnellen umgebungsgeräusche zurückswitchen die lautstärke dadurch verändert sich nicht ich hoffe ich konnte euch mit diesem video helfen wenn ihr wenn ich euch helfen konnte dann gibt mir einen daumen hoch und abonniert den kanal dann bis zum nächsten video ciao